Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Aktienfreunde. Cyberpunk 2077 ist das Spiel schon raus? Nein, es ist es noch nicht. Aber die neue Aktienfinderanalyse zu CD Projekt, dem Publisher von Cyberpunk 2077, die siehst du jetzt. Sollte interessant sein, weil Cyberpunk 2077 ist das am sehnsüchtigsten erwartete Videospiel des Jahres. Eine Leistung für so ein kleines One-Trick-Panye wie CD Projekt, die im Prinzip immer nur ein heißes Feuer im Eisen haben. Und die Aktie wird auch mal wieder hin und wieder besprochen in der Finanz-Community. Und jetzt gucken wir uns die auch mal an. Ist nicht das typische Buy-and-Hold-Investment, für was der Aktienfinder eher steht. Nicht unbedingt Buy-and-Hold, aber ich sage mal solides Investment mit berechneten Geschäftsverläufen. Das ist bei CD Projekt definitiv nicht der Fall. Als ich die Aktie aufgenommen habe, vor kurzem dachte ich erst, wir hätten hier Datenfehler vor uns. Ich musste mich erst mal 10-15 Minuten mit der Aktie bzw. dem Unternehmen beschäftigen, bis ich gesehen habe, nee, es sind keine Datenfehler. Es ist Cyberpunk 2077. Mein Name ist Thorsten Tiet. Ich bin der Betreiber der Seite der Aktienfinder.net. Hier geht es normalerweise um etwas gediegenere Aktien. Diesmal eben um CD Projekt. Ja, und da sind wir auch schon im Aktienfinder. Große Leistung von CD Projekt hier, das am sehnsüchtigsten erwartete Videospiel des Jahres in der Pipeline zu haben. Konkurrieren ja gegen andere Unternehmen wie Activision, Blizzard, Electronic Arts, Ubisoft und Tencent beispielsweise, die ja mal schlappe 80-fache Marktkapitalisierung haben von diesen polnischen Publisher. Insofern erstmal hier Hut ab. Hat aber jetzt mal keine Aussage zu der Frage, ob CD Projekt ein gutes Investment ist bzw. zum Risikorenditeverhältnis. Bevor wir aber dazu kommen, zur Bewertung und was wir von CD Projekt der Aktie erwarten dürfen, müssen wir erstmal verstehen, was wir hier eigentlich vor uns haben. Ja, One Trick Punny, wie sieht es aus in der Realität? So entsprechend, warum habe ich erstmal gezweifelt an FactSet? Es sei mir entschuldet, nichts gegen FactSet, aber Datenfehler passieren überall, aber in diesem Fall eben nicht. Wir haben nämlich zum 30.06. Umsatz von 670 Millionen polnischer Slotty und dann schwuppdiwupp soll es hochgehen, verfünffachung knapp auf 3 Milliarden polnischer Slotty innerhalb von 6 Monaten. Wie soll denn das funktionieren? Normalerweise kann sowas nicht funktionieren, aber in der digitalen Welt sehr wohl. Ja, die Antwort lautet Cyberpunk 2077. Wir haben jetzt den 27.11. released werden soll das Ganze am 10. Dezember. Ist dreimal verschoben worden, 10. Dezember bis zum 31. Dezember sind genau 21 Tage Zeit. Innerhalb von 21 Tagen sollen über 2 Milliarden polnische Slotty eingespielt werden. Hut ab, sage ich da nur. Das ganze Ding hätte eigentlich schon veröffentlicht werden sollen im April. Das war dann die erste Verschiebung, dann gab es die zweite Verschiebung, dann gab es die dritte Verschiebung. Und immer ist der Aktienkurs ein bisschen runter und hat sich dann wieder erholt. Zählt ihr also schon hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Relativ spekulatives Investment. Nicht Sparplan geeignet, meiner Meinung nach. Gut, auch nicht geeignet für all jene, die einen leichten Schlaf haben. Jetzt haben wir mal erklärt, wie es so zustande kommt, dass die Analysten nicht betrunken waren, sondern dass sie tatsächlich so geschätzt haben, dass die Gewinne und Umsätze hoch katapultiert werden sollen. Und das Ganze ist sogar nachvollziehbar. Ist nämlich schon mal passiert, als The Witcher 3 released worden ist. Da hatten wir nämlich Umsätze gehabt von unter 100 Millionen polnischen Slotty im Jahr 2014 und im Jahr 2015 plötzlich 800 Millionen polnischen Slotty, also eine Verachtfachung. The Witcher 3 war extrem erfolgreich. Und dann sehen wir hier, dass wir im Verlaufe dann der nächsten Jahre, obwohl es ein Downloadable Content gibt, Multiplayer und einige anderen Sachen oder Extension Packs, also das wird dann noch ein bisschen ausgespielt, das Pony wird aufgerüstet, damit es schön weiter galoppieren kann. Aber die Umsätze gehen dann trotzdem erstmal zurück, auch die Gewinne gehen entsprechend erstmal zurück, aber auf einem deutlich höheren Niveau, als es eben vorher der Fall war, bevor das Pony quasi freigelassen wurde. Und das ist im Prinzip die Unternehmensstrategie von CD Projekt von einem großen Release zum nächsten großen Release sich da nach oben schwingen. Und das hat bisher auch ziemlich gut funktioniert und die Aktie ist besser performt als beispielsweise Amazon und das will schon was heißen. Wir können hier mal noch kurz die bilanzielle Stabilität angucken, weil wenn ich jetzt sage, dass wir hier sozusagen dann ein Release haben und dieses Release muss auch mit diesen Expansion Packs und so weiter dann tragen bis zum nächsten großen Release und so mehrere Jahre, vier, fünf Jahre wird es schon dauern, bis dann das nächste große Release veröffentlicht wird. Man muss sich das so vorstellen, dass das wirklich State of the Art ist, was hier veröffentlicht wird auf unterschiedlichen Plattformen, PC und Konsolen insbesondere. Und meine persönliche Einschätzung ist, dass so ein Release, so ein Videospiel schwerer zu produzieren ist, komplexeres Projekt ist als ein durchschnittlicher Hollywood-Kino-Blockbuster, falls man heute überhaupt noch ins Kino geht nach Corona. Ich könnte auch sagen Netflix-Blockbuster vielleicht, einfach weil es technisch sehr viel komplexer ist, so ein Computerspiel bzw. Videospiel zu produzieren als ein Kinofilm. Ich sage immer noch Kinofilm. Da könnte ja dann auch in diesen paar Jahren mal das Geld ausgehen, vielleicht bis zum nächsten Blockbuster und dann wäre es das gewesen. Deshalb ist hier die Bilanz auch relativ wichtig, sich mal anzuschauen und ob das Ganze nur noch trägt. Und das sieht hier doch relativ beruhigend aus. Wir haben jetzt im einen sehr wenig Schulden, Schuldenquote von 21% auf die letzten vier Quartale bezogen. Innerhalb eines Jahres würde der Cashflow ausreichen, um die kompletten Schulden von CD Projekt zu tilgen. Also von der Seite aus erstmal grünes Licht. Da droht keine Pleitegefahr. Wenn wir uns aber jetzt anschauen wollen, was wir von der Aktie zu erwarten haben als Aktionäre, das heißt das Risiko-Renditepotenzial, dann interessiert das erstmal nur bedingt, weil wir wollen ja wissen, wie der Reibach für die nächsten, sagen wir mal ein, zwei Jahre zu erwarten ist. Und da gehen wir dann mal hier in die Bewertung. Das ist die dynamische Aktienbewertung, was du hier siehst. Normalerweise oder eigentlich gemacht für Aktien mit einer relativ stabilen Entwicklung von Gewinnen, Cashflows, Dividenden, das haben wir hier ja definitiv nicht vor uns. Das siehst du ja, hoch und runter geht das Ganze. Wir können also nicht die dynamische Aktienbewertung so anwenden, wie wir es gewohnt sind. Das siehst du hier, kommen ganz krude Sachen raus. Die Aktie mal absolut unterbewertet, absolut überbewertet, absolut mega unterbewertet momentan. Momentan, also auf die letzten, zum aktuellen Zeitpunkt hier, siehst du ja, wie viel polnische Sloty, teilweise über 1000 bei einem aktuellen Kurs von unter 400 polnischen Sloty. Also absolut, ja, nicht zu gebrauchen. Wir können aber trotzdem hier einzelne Daten auslesen und können uns dann Gedanken machen, welche Rendite wir erwarten können, beziehungsweise ob die Aktie günstig oder teuer bewertet ist. Und da nehmen wir mal den Zeitraum vom Release von The Witcher und schauen uns, wie die Aktie sich dann entwickelt hat. Hier haben wir 2015, ist The Witcher 3 veröffentlicht worden und wir hatten da multiples KGV, auch bereinigter KGV, das heißt KGV nicht auf dem Bilanzieren, sondern auf den bereinigten Gewinn bezogen und KCV, das heißt auf den operativen Cashflow bezogen, von um die sechs damals. Das war also relativ günstig bewertet. Wahrscheinlich gab es noch keine YouTube-Videos zu CD Projekt, war eben noch nicht ganz so im Rampenlicht, wie es momentan stehen, insbesondere nicht die Aktie. Und dann wurde The Witcher 3 veröffentlicht, war erfolgreich und die Aktie ist dann in den nächsten zwei Jahren ja durch die Decke gegangen, aufs Jahr eine Rendite von 110% gemacht, also mehr als verdoppelt jedes Jahr. Und die Multiples haben sich dann auch vervielfacht, gab eine Verdoppelung hier, von hier nach hier. Entsprechend gab es dann auch eine Rendite von 130% aufs Jahr. Gucken wir mal noch ein bisschen weiter und dann seht ihr hier, was da so alles dann passiert ist, von da nach da, hatten wir immer noch eine Rendite von 90% aufs Jahr, wenn wir dann die nächsten drei Jahre nehmen und die KGV, also die Multiples, haben sich hier verdoppelt von dem ersten Jahr. Dann haben sie sich nochmal verdreifacht, sogar ein bisschen mehr als verdreifacht im zweiten Jahr und nochmal ungefähr verdreifacht im dritten Jahr. Und so kamen dann eben auch die exorbitanten Kursgewinne zustande. Und was haben wir denn eigentlich jetzt zu erwarten von der Aktie? Müssen wir mal schauen, aus Ausgangsbasis, wie hoch ist denn die momentane Bewertung? Und die ist halt dreimal höher, als sie ist zum Release von The Witcher 3 gewesen. Und da hatten wir eben Multiples von 6, jetzt haben wir Multiples von um die 18, KGV ist nochmal ein Ticken höher. Hier, Moment, hier. Und das ist eben eine wichtige Botschaft. Das heißt, momentan, CD Projekt ist eben keine Aktie mehr, die nicht im Rampenlicht steht. Im Gegenteil, Erwartungen sind hoch. Und wenn es denn jetzt so gut läuft, wie die Analysten sich das erwarten mit dem Abverkauf, dann hätten wir Multiples von um die 18. Das heißt, das ist schon ja berücksichtigt, dass wir dann entsprechend hohe Gewinne und Umsätze haben und Cashflows. Also hier hätte ich eigentlich den roten Bommel machen müssen. Hier. Darauf bezieht sich hier das KGV und etc. Das heißt, dass wir dann nochmal ein höheres KGV kriegen, zum Beispiel auf eine Verdopplung haben, wie damals bei The Witcher, von 18 auf 36, dann nochmal eine Verdopplung auf 72 oder so. Das halte ich für unrealistisch. Deshalb halte ich auch für unrealistisch, dass wir Kursgewinne haben, wir hatten in ähnlicher Größenordnung. Das heißt, das Rendite-Profil ist aus meiner Sicht deutlich ungünstiger, wie es damals gewesen ist, beim Release von The Witcher 3, als es heute ist. Es müsste also, der Abverkauf müsste meines Erachtens nochmal deutlich besser sein, als die Analysten das erwarten, damit wir dann hier niedrigere Multiples haben, vielleicht irgendwo, ich sage mal, irgendwelche Zahlen, dass es vielleicht nur noch auf 12 kommt, weil die Gewinne um 50% und Cashflows höher ausfallen. Dann hätten wir hier wohl eine 12. Dann wäre wieder Luft, dass die Aktie noch ein bisschen steigt. Mit ein bisschen meine ich dann vielleicht sogar um 20, 30, 40, 50%. Aber wenn es einfach nur so kommt, wie die Analysten das schätzen, dann erwarte ich keine hohen Kursgewinne. Im Gegenteil, falls der Markt enttäuscht wird, weil ihr dürft auch nicht vergessen, das eine sind die Analystenschätzungen und das andere sind die Erwartungshaltungen von Mr. Market. Das kann durchaus sein, kommt immer mal wieder vor, dass das Unternehmen die Schätzungen erreicht bezüglich Umsatz und Gewinn und der Aktienkurs bricht trotzdem ein, weil Mr. Market einfach was anderes erwartet hat. Insofern auch das nicht auszuschließen. Also lange Rede, kurzer Sinn, beziehungsweise mein Fazit, ich gehe nicht davon aus, dass sich die Kursrallye wiederholen wird, die wir damals bei The Witcher 3 gesehen haben. Es ist ein riskantes Investment. Das Unternehmen an sich ist gut aufgestellt. Die produzieren qualitativ absolut hochwertige Content, genauso wie der Aktienfinder natürlich auch. Aber ob die Aktie jetzt noch genauso gut performen kann, wie der Aktienfinder, da habe ich jetzt eher meine Zweifel. Insofern nur was für hartgesottene Naturen, also eine Zockeraktie für Zocker. Würde mich mal interessieren, wie ihr das seht, schreibt euren Kommentar unten drunter und dann einfach bis zum nächsten Mal und wer die Aktie hat, toi toi toi, ich drücke natürlich die Daumen, ich gönne die Rendite jedem. Bis zum nächsten Mal. Ciao.